Kirchenkritik Die Geschichte der Kirche ist eine Geschichte nicht nur von Gott, sondern auch von Menschen. Eine Geschichte mit Höhen und Tiefen, mit Licht und Schatten. Es ist eben eine Geschichte von Sündern und Heiligen. Das war schon immer so und das wird immer so sein. Denn die Kirche ist nicht deswegen heilig, weil alle ihre Mitglieder hier auf Erden so heilig sind, sondern, wie wir bereits wissen, wegen ihres Ursprungs, ihres Ziels und weil in ihr alle Mittel zur Heiligkeit zu finden sind. In der Geschichte der Kirche finden wir also nicht nur Heiligkeit, sondern auch genügend Sünde. Und das macht sie zu einem einfachen Ziel für Kirchenkritiker. Allerdings fallen drei Dinge bei dieser Kritik auf. Erstens. Oft ist das präsentierte Kirchenbild ziemlich einseitig. Über Fehltritte wird viel berichtet, über das Gute nur sehr selten. Das ist nicht nur bei kirchlichen Themen so. Wenn irgendwo tausend Menschen friedlich demonstrieren und daneben ein einzelner Krawall macht, dann sind die tausend Leute plötzlich uninteressant und alle Augen, Mikrofone und Kameras sind auf den einen gerichtet. Das scheinen die Zuschauer und Leser so zu wollen. Aber es verzerrt natürlich das Bild. Das erste Problem ist also Einseitigkeit. Das zweite, was man in Berichten über die Kirche oft findet, ist seltsamer Blödsinn. Seltsamer Blödsinn entsteht a, wenn die Leute, die diese Berichte verfassen, zu wenig von der Sache wissen oder b, wenn sie schwarz-weiß malen und vereinfachen, was nicht einfach ist, sondern komplex. Auch das ist nicht nur bei kirchlichen Themen so. Aber rund um die Kirchengeschichte geschieht das besonders gerne und häufig. Hier ist ein typisches Beispiel für solche Schwarz-Weiß-Malerei. Ich kann zum Beispiel behaupten, dass alle Menschen nur das eine wollen. Macht. Darum geht es natürlich auch den Menschen in der Kirche nur um Macht. Und man muss tatsächlich gar nicht lange suchen, um in der Kirchengeschichte Menschen zu finden, denen es um Macht ging. Aber wenn man zwei Sekunden länger hinsehen würde, würde man auch viele andere sehen, denen es kein bisschen um Macht ging. Und man sollte deswegen die vereinfachende Behauptung hinterfragen. Aber das sieht ein Schwarz-Weiß-Maler nicht oder will es nicht sehen. Das zweite Problem sind also falsche Darstellungen. Aus Unkenntnis oder aus einer Ideologie heraus, wie man das Schwarz-Weiß-Malen auch noch nennen kann. Das dritte Problem ist viel persönlicher und menschlicher. Wenn mir jemand aufzeigt, dass ich etwas falsch mache und ich weiß, dass er recht hat, dann habe ich zwei Möglichkeiten. Entweder kann ich mich ändern. Oder, weil ich mich nicht ändern will, einfach den Überbringer der Botschaft kritisieren. Und weil der Überbringer der Botschaft normalerweise auch nur ein schwacher Mensch ist, finde ich da immer irgendetwas. Zum Beispiel, ein Arzt sagt dem Patienten, dass Rauchen ungesund ist und er damit aufhören soll. Der Patient weiß schon, dass der Arzt recht hat, möchte aber nicht aufhören. Und als er merkt, dass auch der Arzt ein Raucher ist, antwortet er, Nein, ich höre nicht auf, denn Sie, Herr Doktor, rauchen auch. Hm, der Arzt ist in diesem Fall sicher ein schlechtes Vorbild. Aber nur, weil der Arzt selber raucht, wird Rauchen für mich nicht gesünder. Die Frage, ob eine Botschaft stimmt, hängt nämlich nicht davon ab, ob sich der Überbringer der Botschaft auch selber daran hält. So ähnlich ist es nun auch mit der Botschaft der Kirche. Nur weil jene, die sie verkünden, selbst schwache Menschen sind, sollte man sich nicht der Wahrheit berauben, die in ihrer Botschaft liegt. Diese drei Punkte sollte man im Auge behalten, wenn es um die Kirchengeschichte geht. Eine Geschichte von Sündern, aber auch von Heiligen. Und vielleicht lohnt es sich für das persönliche Weiterkommen mehr, auf das Beispiel der Heiligen zu blicken und ihr Leben nachzuahmen, als sich an den vielen Sündern zu stoßen. Bis zum nächsten Mal.